Marie Serne Holt, die sexy Blonde der Ateens, ist solo zurück. Mit neuem Style ist die attraktive Schwedin nicht nur als Werbemodel heiß begehrt, auch mit ihrer neuen Single erstürmt die 22-Jährige die Charts im Handumdrehen. Der erste Song aus meinem Album, That's the way my heart goes, handelt von Liebe. Es geht um mich und was ich für einen Jungen fühle. Es ist ein sehr mitreißender Song und ich finde, er klingt wie kein anderer im Moment. Und der Weg ins Studio hat sich gelohnt. Maries erstes Soloalbum, Enjoy the Ride, wird in drei Wochen erscheinen.